Hi, hier ist Fred aus der Kocherei. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Adventssonntag und hoffe, ihr habt es gemütlich zu Hause. Wir kochen heute wieder ein schönes Gericht und zwar rief mich Shippo an. Er sagt, er würde mal gerne wieder Maultaschen essen. Haben wir natürlich gesagt, kein Problem, kriegen wir hin. Machen es nur ein bisschen anders und haben ein, zwei andere Abwandlungen dabei. Das Ganze gibt es nachher wieder im Video für euch zum Nachkochen.